Man bekommt eine ganze Menge zurück. Das sind oftmals kleine Gesten, kleine Aufmerksamkeiten. Das kann eine nette Umarmung sein, das kann ein Handstreicheln sein. Mein Name ist Katja Althuizis und ich arbeite als Fachkraft, Wohnbereichsleitung und stellvertretende Pflegedienstleitung im Barbara-von-Rente-Finkhaus. Das ist eine Pflegeeinrichtung in Berlin-Wilmersdorf. Wir haben 82 Pflegeplätze von Pflegegrad 2 bis Pflegegrad 5. Das Dankeschön und ein Lächeln, wenn sie gut versorgt sind, wenn sie nach schwerer Krankheit wieder genesen, das macht für mich selber ein gutes Gefühl. Bewirb dich, wir freuen uns auf dich.